Wir haben auf unserem Kanal ja schon fast alle Anwendungsgebiete von künstlicher Intelligenz behandelt. Ein Thema ist bis jetzt aber noch nicht abgedeckt und das ist die Erzeugung von Video mithilfe von KI. In diesem Video möchten wir euch deshalb die Software RunwayML vorstellen und zeigen, wie man aus reinem Text oder Bildinput beeindruckende Videos generieren kann. Das Ganze kann mit einem kostenlosen Account getestet werden, sodass man einfach mal ein bisschen damit herumspielen kann und sich selbst davon überzeugen, wie gut das schon heute funktioniert. Den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Um unseren Account zu erstellen, sind wir auf der Website runwayml.com. Ihr könnt aber auch einfach den Link in der Beschreibung nutzen. Dann müssen wir rechts oben noch auf Sign Up gehen und können hier entweder mit der E-Mail-Adresse oder mit Google oder Apple ein Account anlegen. Das ist dabei relativ selbsterklärend. Wenn wir das mit E-Mail machen, brauchen wir natürlich ein Passwort. Ansonsten können wir eigentlich direkt loslegen, wenn wir Google oder Apple nutzen. Wenn wir dann einen Account haben, dann können wir uns einloggen und sehen folgenden Screen. Hier können wir jetzt einen Plan auswählen und wir sehen auf der ganz linken Seite, dass wir einen kostenlosen Plan haben. Hier bekommen wir einfach 125 Credits, die allerdings nur einmalig sind. Bedeutet, wenn diese Credits verbraucht sind, dann bekommen wir nicht nächsten Monat neue. So ist das nur bei den bezahlten Plänen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir 625 im Monat bekommen. Und einige weitere Features, wie eben auch 4K-Video, was wir im kostenlosen Plan nicht haben. Um das Ganze auszuprobieren, reicht dieser Plan allerdings völlig aus. Wir können den also auswählen und dann kommen wir zum Dashboard, das in etwa so aussieht. Hier haben wir jetzt Zugriff auf die ganzen verschiedenen Tools. Hier oben sehen wir direkt Gen 2, Generate Video with Text Prompts. Das werden wir uns gleich auch anschauen. Wir haben allerdings auch noch Gen 1, wo wir also aus Videos andere Videos generieren können. Und wenn wir nach unten scrollen, ein paar weitere Tools wie Hintergrundentferner, Text-to-Image und so weiter. Was uns jetzt interessiert, ist allerdings Gen 2. Denn da sehen wir einfach wirklich schön die Möglichkeiten, die diese Technologie heute schon bietet. Ich kann das Ganze einfach mal anklicken. Dann kommen wir zu diesem relativ einfachen Screen und können hier einen Prompt eingeben oder ein Bild hochladen. Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an, indem wir einfach nur einen Prompt eingeben. Und ich könnte ja sagen, a sunrise over the mountains. An den Parametern, die ich hier unten links sehen kann, wenn ich das einmal anklicke, kann ich mit einem kostenlosen Account nicht wirklich viel machen. Außer dieses Interpolate, also dass die Frames nicht ganz so abgehackt sind. Das sollte man auf jeden Fall immer aktiviert haben. Ansonsten haben wir hier nicht viele Möglichkeiten. Auf der rechten Seite hier haben wir noch die Dauer, die wir allerdings auch nicht verändern können. Wir sehen hier, dass Gen 2 immer 4 Sekunden Video generiert. Rechts haben wir allerdings noch eine relativ interessante Funktion und das ist Free Preview. Denn wir müssen jetzt nicht einfach blind ein Video generieren, sondern können uns zunächst einmal eine kostenlose Vorschau erstellen lassen. Diese Vorschau kostet uns dann nämlich keine Credits und wir können uns zunächst einmal anschauen, ob das ungefähr so aussieht, wie wir uns das Ganze vorstellen. Wir können hier oben schauen. Ich sehe zum Beispiel, dass ich mit meinen Credits gerade 89 Sekunden übrig habe. Und wenn ich jetzt auf Free Preview hier klicke, dann wird sich das hier oben nicht ändern. Ich bekomme jetzt hier 4 Frames generiert und kann dann entscheiden, ob einer davon so ist, wie ich mir das Ganze vorstelle. Wir sehen, das sieht schon relativ gut aus und ich könnte jetzt, wenn mir eins davon gefällt, einfach auf den Generate This Button klicken, um dieses Video zu erzeugen. Vielleicht hatte ich mir aber vorgestellt, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Schnee auf den Bergen haben. Dann kann ich das jetzt nochmal ausbessern, bevor wir wirklich für Credits unser Video generieren. Ich könnte hier unten also sagen, nicht Sunrise over the Mountains, sondern Sunrise over Snowy Mountains und dann würde ich mir einfach nochmal eine kostenlose Vorschau generieren lassen und bekomme 4 weitere Frames. Schön ist auch, dass wir die zuvor generierten Vorschauen dadurch nicht verlieren. Wenn ich nach oben scrolle, sind die einfach immer noch da und ich könnte diese Videos auch immer noch generieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, meine 4 neuen Vorschauen sehen schlechter aus. Ich finde aber, das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus und ich würde jetzt vielleicht mal die dritte Variante hier auswählen. Und einfach auf Generate This klicken, um das Video zu erstellen. Das kann je nach Auslastung immer eine Weile dauern. Ich springe jetzt im Video einfach mal so weit vor, dass wir dann das Ergebnis zusammen sehen können. Unser Video ist fertig generiert und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Ergebnis an, indem ich hier auf Play klicke. Und wir sehen, dass das wirklich gut aussieht. Wir haben so ein bisschen einen Zoom-Effekt, indem wir in das Bild reingehen. Physikalisch ist das Ganze wahrscheinlich nicht zu 100% logisch, da unsere Berge so fast ein bisschen auseinander gehen. Aber an sich ist es wirklich ein sehr schönes Video geworden. Und man muss sich wirklich vorstellen, dass alles, was wir dafür eingegeben haben, der Text Sunrise over Snowy Mountains ist. Und daraus wirklich einfach schon dieses Video zu erzeugen, ist sehr, sehr beeindruckend. Man kann allerdings natürlich noch bessere Videos erzeugen, wenn man bei den Prompts detaillierter vorgeht. Ich möchte jetzt einfach noch mal kurz zurück zum Dashboard gehen und dann wieder auf Gen 2 klicken. Und wenn wir bei diesem Screen einfach ein bisschen nach unten scrollen, dann sehen wir Beispielvideos, von denen man sich so ein bisschen inspirieren lassen kann. Und immer dann, wenn ich mich mit der Maus über ein solches Bild bewege, wird mir auch der entsprechende Prompt angezeigt. Wir sehen, dass hier natürlich oft detailliert angegeben wurde, was auf dem Video zu sehen sein soll. Hier kann man sich einfach ein bisschen durchscrollen und kann bei Videos, die einem vom Stil gut gefallen, einfach ein bisschen bei den Prompts klauen sozusagen und dann vielleicht noch bessere Ergebnisse erzielen. Ich möchte jetzt allerdings noch die andere Option testen und das ist hier ein Bild hochzuladen und daraus ein Video zu erzeugen. Dazu muss ich einfach nur auf diesen Bild-Button hier klicken und kann dann entweder ein Bild auswählen, das ich schon hochgeladen habe, oder ein neues Bild von meinem Computer auswählen. Nachdem ich mein Bild hochgeladen habe, wird das Ganze hier angezeigt und ich kann jetzt optional trotzdem noch einen Prompt eingeben. Das muss ich allerdings nicht tun, wenn ich einfach nur möchte, dass mein Bild animiert wird. Und das würde ich in diesem Fall jetzt mal machen, indem ich einfach direkt auf Generate klicke. Solange wir auf das Ergebnis warten, habe ich hier das Bild nochmal eingeblendet, dass wir also sehen, was wir als Ausgang haben. Und dann bin ich mal gespannt, was Runway jetzt als Video daraus machen wird. So, unser Video ist fertig und dann schauen wir mal, was Runway aus dem Bild gemacht hat. Ich klicke auf Play und wir sehen, dass das auch hier eigentlich ein wirklich gutes Ergebnis ist. Wir haben so ein bisschen eine Kamerabewegung und der Nebel und die Wolken bewegen sich im Hintergrund sehr schön. Man muss an dieser Stelle natürlich dazu sagen, dass man nicht bei jedem Bild hier ein gutes Ergebnis erzielt. Und ich habe das Bild, das hier jetzt genommen wurde, durchaus bedacht ausgewählt. Denn wir haben hier zum Beispiel keine Personen oder Tiere darauf. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das mit der Animation nicht besonders gut klappt. Und man eher so ein bisschen albtraumhafte Gestalten dadurch erzeugt. Aber mit einfachen Landschaften oder ähnlichem, die man einfach ein bisschen animieren möchte, erzielt man hier schon wirklich sehr gute Ergebnisse. Ich möchte jetzt einfach nochmal kurz zurück zum Dashboard gehen und nochmal darauf hinweisen, dass wir hier auch weitere Tools noch haben, also zum Beispiel auch Video to Video, wo man einfach den Stil ein bisschen anpassen kann. Hier würde ich empfehlen, einfach ein bisschen herumzuprobieren. Alles, was wir erzeugt haben, finden wir jederzeit, auch wenn wir hier in der linken Spalte sind, ganz unten bei diesem Ordner Assets. Wenn ich den da mal anklicke, dann sehe ich alles, was ich hier erzeugt habe. Also meine Videos. Ich sehe Bilder hier unten, die ich hochgeladen habe und kann das Ganze so in einer Art Dashboard für mich privat auch verwalten. Jedes Video, das ich erzeugt habe, kann ich natürlich auch herunterladen. Ich kann hier in den Assets wieder darauf gehen, habe hier nochmal alles, was ich dafür gemacht habe. Also zum Beispiel ein Text-Prompt, hier hatten wir keinen, ein Image-Prompt und die anderen Einstellungen, die dafür verwendet wurden. Dann kann ich mir das Video hier jederzeit wieder anschauen und habe rechts oben auf dem Video direkt einen Download-Button, um das Ganze noch herunterzuladen. Runway ML zeigt wirklich auf beeindruckende Art und Weise, wie fortgeschritten die von KI gestützte Videoerzeugung heute schon ist. Natürlich kann man mit dem Tool noch keinen Hollywood-Blockbuster erstellen. Aber man muss sich wirklich vorstellen, dass man aus dem Nichts mit einem einfachen Textbefehl hier Videos erzeugen kann. Das ist eigentlich unglaublich. In diese kurzen Einführungen haben wir aber auch nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn ihr noch mehr im Bereich Video und KI sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir hier noch mehr ausprobieren und für euch erklären. Ansonsten freue ich mich über ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du mehr von uns sehen willst, dann lass uns doch auch ein Abo da. Mein Name ist Johannes Ruhrf. Wir sehen uns im nächsten Video.